Odele, wir wollen mal sehen, was das für ein sauteures Klump noch ist. Jetzt wollen wir das Kistchen mal aufmachen. Ja, heiliges Blechle, das ist ja ein saugeiles Teil, Mensch. Boah, super. Odele, jetzt wollen wir das Kerlele mal rauslupfen. Ist ja ganz schön schwer, alles wie etwas. Das ist Metall, so ein gewisses Raubfahrwerk. Auslastig, natürlich ein Klump. Jetzt sind sie das hier eingepackt. Die Folie eingeschweißt, die Rauben. Nein, wozu denn das? Schere holen und aufschneiden. Also der Unterlage, den kann ich verschieben. Aber Leute, ich sage euch das gleich. Das war jetzt so schwierig. Weil da sind jeweils Schrauben, die da dreht. Ich freue mich auf jeder Seite. Und wenn diese Dreck schau, da kommst du ja gar nicht richtig vor. Weil die Tauberkette schwerer sehen. Das hätten sie nicht gemacht. So, die Lehn. Da gab es eine Art Schulletzel für Fahrerzieher. Jetzt wollen wir die hier mal aufmachen. Hier jetzt. Es war ja bloß 45 Grad, dann hört es auf. Was ist denn das? Da kommt ja gar kein dicker Fahrer rein. Oh nein. So, ein Drecksbärmchen. Ich bescheuere Wurter, diese Elendigen. So, das ist die Motorhau. Würden wir die hier mal aufmachen. Aha. Sieht aber auch alles ein bisschen krumm und schieß rein klebt. Bei meinem Kumpelsbäckerli. Da waren sogar Lackpicker drin. Mit dem schwarzen Motorhau. Hm. Also ob das in echt auch so krumm und schieß rein klebt ist. Das ist so ein Seinbau natürlich. Die nächste. Als nächstes wollen wir mal gucken. Ob das Bäckerli da auch so in den Arm richtig strecken kann wie in echt. Genauso natürlich auch nach unten gegraben kann. Also ob das aber saubt. Das krumm so. Oh, das macht doch ein ganz sauberer Eindruck, oder? Nope. Können wir lassen auch. Ja. 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 Die sind ja die Lüftungssgitter am Oberwaren. Links und rechts. Und schief rein klebt. Freunde, links, rechts und schief, als ob auf dem hohen Seegang auf dem Schiff montiert worden wäre. Oder der Ratzefatzel so vergewäßen wäre. Also das geht für das Geld überhaupt nicht. Liebe CCM Leute, das ist ein Rechtsklump.